Anmerkung Und Sklaverei ist Freiheit, ist es unabdingbar, auch für den Durchschnittsbürger Themen an- und auszusprechen, die zur Wahrheitsfindung beitragen können. Noch dazu hat jeder die Möglichkeit, wenn er dies nicht hören möchte, auszuschalten oder sich die Ohren zu verschließen. Der interessierte Rest möge nun lauschen. Die verborgene Geschichte der Hasaren-Mafia Aufgrund vieler neuen Informationen und Nachforschungen, vor allem in den USA, kommt nun endlich die ganze Wahrheit über die Hasaren an die Öffentlichkeit. Ich hatte selbst mehrere hitzige Gespräche über dieses Thema mit israelischen Agenten. Die meisten sind sich dieser Tatsachen nicht bewusst, weil sie beharrlich in einem strikten Glaubenssystem erzogen und ausgebildet werden. Dahinter stehen jedoch andere Kräfte, die völlig andere Pläne haben und jede Seite nur gegeneinander ausspielen wollen. Ich erklärte diesen Leuten, dass sie ebenfalls nur für die schmutzigen Pläne der Hintergrundmächte ausgenutzt werden und das noch nicht begriffen haben. Aus reiner Überheblichkeit bekamen einige von ihnen dann regelrechte Wutanfälle. Bei einem späteren Zusammentreffen erklärte mir jedoch schließlich einer, dass er nachgeforscht hatte und sich einige Leute in ihren Kreisen dessen bewusst sind, dass jedoch vor dem Rest verschwiegen werden soll, weil ansonsten die Moral der Truppe zerstört würde. Alles, woran man glaubt, stellt sich als Täuschung heraus. Ich habe mit Jan noch diskutiert, ob man dieses heiße Thema ansprechen soll. Es ist jedoch absolut notwendig im Zusammenhang mit dem Rest des Buches. Ich betrachte diese Informationen neutral. Und man kann im Folgenden auch nicht alle Mitglieder der Rothschild-Familie zu diesen Kreisen rechnen. Weil es im Gegenteil auch sehr viele gibt, die für die Offenlegung und die Beendigung dieser Praktiken einstehen. Außerdem gibt es hinter diesen Strukturen noch andere Mächte, die hier am Hebel sitzen. Aufgrund meiner persönlichen Erfahrungen kann ich jedoch vieles von dem nun Folgendes bestätigen. Der Vorhang wird nun gelüftet, um vollständig offen zu legen, was die Hasaren-Mafia mit ihren bösartigen Plänen der Infiltrierung und der Tyrannei vorhat. Sie wollen alle mosaischen Religionen auslöschen. Und erlaubt sollen nur mehr die Lehren des babylonischen Talmuds sein. Auch bekannt unter Luziferismus, Satanismus oder Baals Verehrung. Anmerkung Die Hasarische Mafia ist das weltgrößte Verbrecher-Syndikat. Die Hasarische Oligarchie und ihre Verwendung des sogenannten babylonischen Geld, Magic, wurde beinahe komplett aus den Geschichtsbüchern getilgt. Wir, die amerikanische Army, wissen nun, dass die Hasarische Mafia Krieg gegen Amerika und Amerikanern führt, mit Hilfe von Force-Flag-Terrorismus, Terrorismus unter falscher Flagge und unter illegaler Benutzung der verfassungswidrigen Federal Reserve Bank, der FED, dem des FBI, der FEMA, Homeland Security und der TSA. Wir wissen nun mit Sicherheit, dass die Hasarische Mafia verantwortlich ist für die Ausführung des Inside Jobs 9-11, der Force-Flag-Attacke auf Amerika am 9.11.2001. Die Hasaren entwickelten sich zu einer Nation, regiert von einem üblen König, der babylonische schwarze Künste praktizierte und okkulte Oligarchen dienten an seinem Hof. Zu dieser Zeit waren die Hasaren bekannt als Diebe, Mörder und Straßenbanditen, sowie dafür, die Identitäten jener Reisenden anzunehmen, die von ihnen umgebracht wurden. Das war Berufsalltag und Lebensart. Die Führer der umliegenden Nationen, speziell Russland, bekamen jahrelang Beschwerden ihrer Bürger, bis sie zusammen als Gruppe ein Ultimatum an den Hasarenkönig sandten. Sie verlangten vom König, dass er eine der drei abrahamitischen Religionen für sein Volk auswählen und zur offiziellen Staatsreligion machen sollte. Diese Religion hätte auch alle chasarischen Bürger auszuüben und chasarische Kinder mussten in diesem Glauben erzogen werden. Sie waren von diesem Volk so angewidert, weil sie Phalluskulte und Orgien sowie Blutsopfer und allgemein eine degenerierte Lebensweise hatten, dass man sie zwingen musste, eine der Glaubensrichtungen zu adoptieren. Es bestand die Wahl zwischen Islam, Christentum oder Judaismus. Der König wählte den Judaismus und versprach, alle Voraussetzungen zu erfüllen, die ihm von den umgebenden Ländern auferlegt wurden. Der chasarische König verletzte in bösartiger Weise seine Abmachung und brach sein Versprechen, denn sein innerer Kreis von Oligarchen fuhr fort, die altertümliche babylonische schwarze Magie anzuwenden. Dieser verborgene Satanismus beinhaltete okkulte Zeremonien mit Kindsopferungen. Nachdem sie ausgeblutet waren, wurde das Blut getrunken und wurden die Herzen der Kinder gegessen. Dieses dunkle Geheimnis der okkulten Zeremonien basiert auf der historischen Balsverehrung, auch bekannt als Anbetung der Eule oder des Moloch. Um die beernachbarten Länder, angeführt von Russland zu täuschen, verschmolz der König diese luziferischen schwarzmagischen Praktiken mit dem Judaismus und erschuf so eine geheime satanische Hybridreligion, bekannt als babylonischer Talmudismus. Dieser wurde dann die Nationalreligion des Chasarenreiches. Leider setzten sie ihre üblen Machenschaften fort und beraubten und ermordeten die Durchreisenden der umliegenden Länder. Chasarische Diebe versuchten oft, die Identitäten der ermordeten Besucher anzunehmen und wurden Meister der Verkleidung und der falschen Identitäten. Das praktizierten sie bis zum heutigen Tag, genau so wie ihre Opferzeremonien, die eigentlich Balsanbetungen sind. Um das Jahr 1200 n. Chr. führten die Russen eine Gruppe von Nationen an und starteten eine Invasion, um die Verbrechen gegen ihre Bürger zu stoppen, zu denen auch Kidnapping ihrer Kinder für die blutigen Zeremonien gehörten. Damals wurde der König und sein innerer Kreis von Kriminellen und Mördern in den Nachbarländern als Chasaren-Mafia bekannt. Die Chasaren-Anführer hatten ein gut entwickeltes Spionagenetzwerk, über welches sie vorgewandt wurden und in europäischen Nationen im Westen entkommen konnten. Ihre enormen Vermögen nahmen sie in Form von Gold und Silber mit sich. In Europa führten sie ihre satanischen Opferrituale fort und vertrauten auf Baal, der ihnen versprochen hatte, ihnen die ganze Welt und alle ihre Reichtümer zu geben, solange sie mit ihren Kindsopfern und Blutritualen weitermachen würden. Der Chasaren-König und seine Mafia schworen ewige Rache gegen die Russen und die umliegenden Nationen, welche die Chasaren überfielen und ihre Macht stürzten. Um ihre Invasion des Westens zu vollenden, heuerten sie Oliver Cromwell an, um König Charles I. zu ermorden und England für ihre Bankgeschäfte sicher zu machen. Das war der Anfang des englischen Bürgerkrieges, welcher fast ein Jahrzehnt wütete. Mit dem Resultat, dass fast die ganze königliche Familie ausgelöscht wurde und hunderte Angehörige aus dem alten englischen Adel. Das war gleichzeitig die Erschaffung der City of London, das neue Finanzzentrum von Europa und markierte den Beginn des britischen Empires. Die Chasaren-Mafia benutzte ihren enormen Reichtum, um ein neues Banksystem zu schaffen, das auf der babylonischen schwarzmagischen Geldmagie beruhte, die sie angeblich von den bösen Geistern von Baal gelernt hatten, im Austausch für ihre vielen Kindsopfer für ihn. Diese Geldmagie beinhaltete den Umtausch von Papierkreditzertifikaten, Geldscheine sind dies, für Gold- und Silbereinlagen. Irgendwann beschlossen der Chasarenkönig und ein kleiner Kreis seine Untergebenen Deutschland zu infiltrieren, und zwar mit einer Gruppe, die den Namen Bauer auswählte, um sich als Deutsche zu präsentieren und ihr Baal-System des Bösen fortzusetzen. Die Bauers vom Roten Schild, welches die geheimen Blut-basierten Kindsopfer repräsentierte, wechselten ihren Namen zu Rotschild. Die Rotschilds installierten ein privates Fiat-Bankensystem. Das sind Geldscheine als Objekt ohne inneren Wert, das als Tauschmittel dient. Dieses System wurde dazu benutzt, um Falschgeld aus dem Nichts zu erschaffen. Das ist die schwarze Kunst der babylonischen Geldmagie. Sie erzählten ihren Vertrauten, dass diese Scheingeldtechnologie und die geheime Geldmacht ihnen von Baal für ihre Dienste zur Verfügung gestellt worden ist. Als sie schließlich das gesamte britische Bankensystem infiltriert hatten, heirateten sie ins britische Königshaus ein und infiltrierten so komplett und überfallartig ganz England und seine wichtigsten Institutionen. Manche Experten glauben, dass die Rotschilds im Geheimen weibliche Mitglieder der königlichen Familie eher brecherisch mit ihren eigenen rasarischen Männern schwängerten, und zwar mit dem Auftrag, die Royals mit ihren eigenen Thronfolgern zu ersetzen. Im 18. Jahrhundert ermordeten sie französische Adeliche. Kurz vor Ausbruch des Ersten Weltkriegs ermordeten sie den österreichischen Erzherzog Ferdinand, um den Ersten Weltkrieg zu beginnen. Im Jahr 1917 stellten sie ihre eigene rasarische Mafia-Armee auf, die Bolschewiki, und überfühlen Russland. Sie ermordeten den Zar und seine Familie kaltblütig, erstachen seine Lieblingstochter mit einem Bayonett und stahlen das ganze russische Gold und Silber sowie andere Schätze. Kurz vor dem Zweiten Weltkrieg ermordeten sie österreichische und deutsche Adelige. Danach schafften sie sich den chinesischen Adel vom Hals und entmachteten schließlich die japanischen Herrscher. Der Hass der Hasaren-Mafia auf jeden, der ernsthaft erklärt, an einen oder anderen Gott zu glauben als ihren Baal, motivierte sie, Könige und Adelige zu ermorden, um sicherzugehen, dass sie niemals regieren werden. Das gleiche machten sie mit amerikanischen Präsidenten, indem sie ausgeklügelte, verdeckte Operationen ausführten, um sie zu entmachten. Falls das nicht funktionierte, wurden sie liquidiert, wie sie es mit McKinley, Lincoln und JFK machten. Die Hasarische Mafia will jeden starken Herrscher oder gewählten Offiziellen eliminieren, der es wagt, ihrer babylonischen Geldmagie zu widerstehen und den sie mit ihrem Machtnetzwerk nicht kompromettieren können. Die Rothschilds erschufen den internationalen Drogenhandel im Auftrag der Hasarischen Mafia. Durch ihr Spionagenetzwerk hörten sie vom türkischen Opium und seinem speziellen Charakteristika. Sie führten eine verdeckte Operation aus, um türkisches Opium zu kaufen und es in China zu verkaufen. Es wurden Millionen Chinesen mit schlechten, abhängig machenden Opium infiziert, das im Gegenzug Gold und Silber in die Banken der Rothschilds spülte. Die Briten selbst sahen davon nichts. Die so ausgelöste Opium-Sucht schadete China so stark, dass es bei zwei Gelegenheiten den Krieg erklärte, um das zu stoppen. Diese Kriege wurden als Opium-Kriege bekannt. Die Rothschilds waren die Finanzmacht hinter dem Establishment der amerikanischen Kolonien, in dem sie die Hudson Bay Company und andere Handelsgesellschaften gründeten, um die neue Welt der beiden Amerikas auszubeuten. Es waren die Rothschilds, die den Massenmord und den Genozid der einheimischen Indianerstämme Nordamerikas befahlen, um die enormen Bodenschätze zu fördern. Die Rothschilds verfolgten denselben Plan auch in der Karibik und auf dem indischen Subkontinent mit dem Resultat der Ermordung von Millionen Unschuldigen. Danach starteten sie den internationalen Sklavenhandel, ein Unternehmen, das gekidnappte Menschen bloß als Tiere betrachtete. Das nächste Projekt war der Stadt des weltweiten Sklavenhandels, in dem Sklaven von betrügerischen Stammesführern in Afrika gekauft wurden, die mit der hasarischen Mafia zusammenarbeiteten, um Mitglieder konkurrierender Stämme zu fangen und als Sklaven zu verkaufen. Unzählige starben auf See aufgrund der miserablen Unterbringung an Bord der Schiffe. Als die Rothschilds die amerikanische Revolution verloren, beschuldigten sie den russischen Zar und die Russen den Kolonisten geholfen zu haben. Britische Schiffe zu blockieren, darauf schworen sie ewige Rache an den amerikanischen Kolonisten, genauso wie sie es mit den Russen und ihren früheren Verbündeten machten. Zusammen mit der englischen Oligarchie schmiedeten sie Pläne, um Amerika zurückzuerobern. Das wurde ihre fixe Idee. Ihr favorisierter Plan war, eine amerikanische Zentralbank aufzubauen, die ebenfalls über die babylonische Geldmagie und das Falschgeldsystem laufen sollte. Das schlug jedoch 1812 abermals fehl, weil sich Russland wieder einmischte. Dieser Fehlschlag brachte die Rothschildskassaren Mafia derart in Rage, dass sie abermals ewige Rache gegen Russland und die amerikanischen Kolonisten plante, indem sie beide infiltrierte, um sie anschließend bankrott zu machen und zu tyrannisieren. Sie wollten dann letztendlich alle in einem Massenmord umbringen und ihre Nationen zerstören. Die chassarische Mafia versucht nun, eine Zentralbank zu gründen und wurde vom damaligen Präsidenten Andrew Jackson daran gehindert, der sie satanisch nannte und schwor sie zu verjagen bei der Gnade des allmächtigen Gottes. Schließlich gelang es ihm, ihnen 1913 mittels bestechlichen Kongressmitgliedern den illegalen Federal Reserve Act durchzusetzen. Das geschah verfassungswidrig am Weihnachtsabend ohne die Mindestanzahl an beschlussfähigen Mitgliedern. Das führte dann zur Gründung der berüchtigten FED, der privaten Federal Reserve Bank. Sofort darauf gründeten sie das Federal Bureau of Investigation, also das FBI, um ihre Bankster zu schützen. Das FBI sollte ihre verdeckten Operationen durchführen und sie vor Strafen wegen ihrer Rituale und pädophilen Netzwerke schützen, sowie ihnen als Geheimdienst, der ihnen ihrem Auftrag handelt, unterstehen. Kommen wir nun zurück zur bolschewistischen Revolution. Die chassarische Mafia nutzte sie, um unglaublich grausame Blutrache an unschuldigen Russen für die Zerstörung des ehemaligen Hasarenreichs zu üben. Dazu ein Zitat des russischen Historikers Alexander Solzhenitsyn. Sie müssen verstehen, dass die führenden Bolschewiki, die Russland übernahmen, keine Russen waren. Sie hassten Russen, sie hassten Christen. Getrieben von ethnischem Hass folterten und schlachteten sie Millionen Russen ohne die kleinsten Gewissensbisse ab. Das kann man ohne Übertreibung sagen. Der Bolschewismus beging den größten Massenmord aller Zeiten. Der Fakt, dass die ganze Welt diesem Verbrechen mit Ignoranz und Untätigkeit gegenübersteht, ist ein Zeichen, dass die globalen Medien in den Händen der Täter sind. Es wurden schätzungsweise 100 Millionen Russen ermordet, inklusive Frauen, Kinder und Säuglinge. Manche Folterungen waren so extrem, dass wir sie in diesem Artikel nicht erwähnen können. Leser, die es genauer wissen wollen, können Internetrecherchen machen. Es gibt dazu auch den Film Alexander Rogozin, der Tschechist von 1992 auf YouTube. Die Rothschild-Hazaren-Mafia entschied sich daraufhin, noch einmal das Schafsfell überzuwerfen und den gesamten Judaismus zu infiltrieren. Sie entwickelten einen Masterplan, um den ganzen Judaismus mittels Mind Control, also Gedankenkontrolle, zu kontrollieren. Sie gründeten ein New World Order System, genannt Weltzionismus, welches ihren Mitgliedern Lehren indoktriniert, die den paranoiden Wahn einer rassischen Überlegenheit einimpfen, sowie die angebliche Absicht aller Ungläubigen, sie töten zu wollen. In Wahrheit ist der Weltsionismus eine verdeckte Form des babylonischen Talmudismus oder des Luziferismus, was den meisten normalen Gläubigen nicht bekannt ist. Die Übernahme der Welt durch den Weltsionismus soll in zwei Phasen ablaufen. Die erste Phase hatte mit den von ihnen geplanten Nazi-Arbeitslagern zu tun, die von der Versorgung abgeschnitten werden sollten. Es gibt noch offizielle Aufzeichnungen vom Roten Kreuz dazu. Die zweite Phase wäre dann das darauf folgende. Zweite große Opferritual, wenn ihr NWO, Luziferischer König, eingesetzt wird und wenn alle drei großen Weltreligionen ausgemerzt werden, speziell der Judaismus. Welchen dann die Schuld an allen Kriegen und der Zerstörung in der Welt gegeben werden wird. Wenn es soweit ist, werden die Rothschilds sich wieder einmal in eine komplette neue Identität verwandeln, um keinesfalls in irgendeiner Form mit dem Judaismus in Verbindung gebracht zu werden, nicht einmal mit dem Weltsionismus. Es ist wichtig zu realisieren, dass die Rothschild rasarische Mafia Deutschland niedergemacht hat, um nach dem Ersten Weltkrieg ein Machtvakuum für den Faschismus zu schaffen. Sie bauten es dann wieder auf, um den Nazismus zu installieren, als Gegenkraft für ihren russischen Bolschewismus. Hitler wurde ein Problem für die chasarische Mafia, als er aus ihren Plänen ausbrach und damit begann, im Interesse des deutschen Volkes und der freien Völker der Welt zu handeln. Er entwickelte sein eigenes Bankensystem, frei vom Einfluss der Rothschilds. Hitler stellte ein Finanzsystem vor, das frei von Wucher war und dem arbeitenden Volk zugute kam. Das führte zum Auftrag der totalen Zerstörung Deutschlands und des deutschen Volkes. Die Rothschilds und die chasarische Mafia konnten niemals ein System erlauben, das seiner Existenz nicht vom Wucher abhängt. Wir sehen das gleiche Spiel heute mit dem Chasarenkrieg gegen den Islam, weil der Islam Wucher und Zinsen verbietet. Das ist der Grund, warum Israel so lautstark und aggressiv die Zerstörung der islamischen Völker der Welt fördert. Sie verfolgen kontinuierlich ihr Muster, beide Seiten jedes Krieges zu finanzieren, um ihre Profite zu maximieren. Es wurden auch Standardoperationen unter falscher Flagge entwickelt, um die Amerikaner zu veranlassen, Kriege für die chasaren Mafia zu kämpfen. Nach dem Zweiten Weltkrieg entfalteten sie den Kalten Krieg und benutzten diesen als Ausrede, um Nazi-Wissenschaftler und Mind-Control-Exporten nach Amerika zu bringen. Das war die Operation Paperclip. Daraus entwickelten sie ein neues und effektiveres Spionagenetzwerk. Damit konnten sie nun alle amerikanischen Institutionen infiltrieren. Das wären die Kirchensysteme, die Freimaurerei, speziell den schottischen Ritus und den York-Ritus, das US-Militär, US-Geheimdienste, die Judikative sowie die meisten bundesstaatlichen Regierungsstellen, sowie natürlich beide politischen Hauptparteien. Die chasarische Mafia manipulierte die Alliierten dazu, ihnen ihre eigene private Kolonie in Palästina zu garantieren, um Land zu besetzen, das den Palästinensern gestohlen wurde. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden der Antisemitismus und Schuldkomplexe als Mind-Control-Mechanismus benutzt, um jede Kritik am Zionismus abzuwehren. Als die Rothschild chasarische Mafia durch ihre verdeckten politischen Manipulationen mit Israel 1947 ihre neue Heimat bekam, begann sie damit heimlich ganz Palästina als ihr neues Chasarien zu sehen. Sie schmiedete einen Plan des Genozids an allen Palästinensern und wie sie ganz Palästina für sich stehlen konnte. Ihre Pläne beinhalteten die Fantasie eines größeren Israels und die Übernahme des ganzen Mittleren Ostens durch die Manipulation dummer amerikanischer Goy. Dies ist ein abwertender Ausdruck für Nichtjuden, die für sie kämpfen und sterben sollten. Das Ziel ist es, alle arabischen Länder für Israel und die chasarische Mafia zu übernehmen und aus den dortigen Bodenschätzen und speziell dem vorhandenen Rohöl maximalen Profit zu generieren. Kürzlich erschienen Analysen des respektierten jüdischen Doktors John Hopkins zeigten, dass 97,5% aller in Israel lebenden Juden absolut keine hebräischen Vorfahren haben. Das wurde durch genetische Untersuchungen der DNA bewiesen. Deswegen handelt es sich bei diesen fast 98%, also keinesfalls um Semiten und somit haben sie auch überhaupt keine historische Blutsverbindung zum Land Palästina. Ganz im Gegenteil, 80% der Palästinenser tragen historische hebräische DNA und sie sind die echten Semiten und haben somit eine Verbindung zu den biblischen Hebräern. Das heißt, dass die echten Antisemiten, die Israelis sind, die palästinensisches Gebiet stehlen, um illegale israelische Siedlungen zu bauen und es sind Israelis, die unschuldige Palästinenser tyrannisieren und töten. Die Rothschild chasarische Mafia entschied nun abermals, sich zu verwandeln, um nicht aufzufliegen. Sie wollte ihre geheime Herrschaft weiter ausweiten. In der Zwischenzeit wurde hart daran gearbeitet, die Freimaurerei und die anderen Geheimgesellschaften zu infiltrieren und zu übernehmen. Sie verleitete hochrangige Logenmitglieder dazu, in ihren pädophilen Netzwerken mitzumachen und ihren Opferritualen beizuwohnen. Die Rothschild chasarische Mafia entschied die komplette Kontrolle über das gesamte öffentliche Bildungswesen an sich zu reisen und gründete das Department of Education, Bildungsministerium. Sie schuf Lehrpläne, die Globalismus und Sozialismus förderten und es wurde die politische Korrektheit eingeführt. Zusammen mit der Diversität und den heute zunehmend zu beobachteten Perversion ist Normal, Strategien und der Genderisierung. Fluorid in Leitungswasser und Zahnpasta gemischt und Zahnärzte werden Gehirn gewaschen, um zu glauben, dass Fluorid vor Karies schützt und den Hirnfunktionen nicht schadet. Das tut es aber. Fluorid verdummt die Amerikaner und setzt den durchschnittlichen IQ herab. Es macht sie fügsamer und leichter zu lenken, als sie es normalerweise wären. Programme, um Impfstoffe zu entwickeln, die Kinder verdummen sollen, wurden gestartet, um eine riesige Anzahl an künftigen chronischen Krankheiten zu generieren. Teil dieses massiven Verblödungsprogramms war die Aneignung aller amerikanischen Massenmedien und deren Fusionierung in sechs große Mediengiganten, die ihnen nun sklavisch gehorchten. Die gesteuerten Massenmedien funktionieren als ein illegales Nachrichtenkartell und sollten zerstört werden wegen illegaler Propaganda als Kriegswaffe gegen das amerikanische Volk und die Völker der Welt. Die Rothschild-Hasarischen Häuptlinge entschieden, dass es nun an der Zeit war, um Amerika zu benutzen, um ihr letztes Ziel zu erreichen. Die Übernahme der Welt. Das sollte mittels eines inszenierten Force-Fleck-Angriffs auf Amerika stattfinden, um die islamische Welt dafür beschuldigen zu können. Also benutzte die chasarische Mafia ihre besten amerikanischen Israelis mit Doppelstaatsbürgerschaft, die in Amerika lebten, um einen Nuklearschlag auf Amerika am 9.11.2001 zu planen. Netanyahu, Anmerkung von mir, das hier ist die amerikanische Schreibweise wohl, es war natürlich der 11.9.2001. Netanyahu, der operative Kopf der chasarischen Mafia, benutzte den Mossad und diese Doppelstaatsbürger, um diesen Angriff auf Amerika auszuführen und um hinterher die Moslems dafür zu beschuldigen. Das Pentagon wurde von einer Tomahawk-Rakete getroffen, die von einem israelischen U-Boot der Delfinklasse abgefeuert wurde, das in Deutschland gebaut worden war. Der Klug dabei ist, dass dort auf ein Konferenzzimmer geschossen wurde, in dem 35 Fahnder der Regierung vorher zusammengerufen wurden, die den Diebstahl von 350 stillgelegten Kernwaffen durch Israel untersuchen sollten. Ein israelisches Umzugsunternehmen wurde als Fassadenfirma benutzt, um die gestohlenen Mini-Sprengköpfe von der israelischen Botschaft in New York, wo sie gelagert wurden, ins World Trade Center zu bringen, um dort am 11.09.2001 zu detonieren. Baal ist auch bekannt als Moloch, Luzifer oder Satan. Es ist immer der gleiche böse Geist, der den Massenmord an allen Menschen will. Im Austausch für die Drecksarbeit belohnt er alle, die ihm erlauben, ihre Seelen an sich zu reißen, mit unglaublichem Reichtum, Berühmtheit und Macht. Das ist der geheime Blutsvertrag, der auch als seine Seele verkaufen bekannt ist. Die israelische Verbindung zu den 9-11-Anschlägen wurde von dem Insider Gordon Duff bekannt gemacht. Weiter veröffentlichte er auch die Aufzeichnung eines Gesprächs zwischen Netanyahu und einem amerikanischen Verräter sowie einigen anderen Spionen aus dem Jahr 1990. Gordon Duff legte offen, dass Netanyahu ein KGB-Spion war. Und wir wissen nun, dass Israel zu Beginn ein Satellitenstaat des bolschewistischen Russlands gewesen ist und sehr unglücklich darüber, dass die Sowjetunion zerbrach. Benjamin Netanyahu traf sich damals mit den Spionen in der Pfingstbar in Jerusalem, einer bekannten Mossad-Kneipe. Hier folgt, was er dort damals sagte. Es wurde aufgezeichnet und vom Zeugen als hundertprozentig authentisch bestätigt. Falls wir erwischt werden, werden wir nur von Leuten ersetzt, die aus demselben Holz geschnitzt sind wie wir. Also könnt ihr machen, was ihr wollt. Amerika ist ein goldenes Kalb und wir werden es aussaugen und es zerlegen und dann Stück für Stück verkaufen, bis nichts mehr übrig ist, als der weltgrößter Sozialstaat, den wir erschaffen und kontrollieren. Warum? Weil es Gottes Wille ist und Amerika ist groß genug, um diesen Schlag auszuhalten. Und so können wir es immer und immer wieder machen. Das ist, was wir mit Ländern machen, die wir hassen. Wir zerstören sie langsam und lassen sie leiden, weil sie sich weigern, unsere Sklaven zu sein. Direkt nach den Anschlägen wurden auch tanzende Israelis in New York verhaftet. Es gibt dazu einige YouTube-Videos. Dancing Israelis 9-11 Einfach eingeben. Es könnte sich dabei um besagte Spione gehandelt haben. Die Rothschild-Rasarische Mafia platzierte 25 Atomwaffen in amerikanischen und europäischen Hauptstädten, um die dortigen Regierungen zu erpressen. Das wird ihre Samson-Option genannt. Dies wurde entdeckt und vom Seymour Hersh öffentlich gemacht. Direkt nach der Attacke auf Amerika erklärte die Rothschild-Rasarische Mafia der US-Regierung, dass die Atomwaffen in Städten detonieren würden, die fähig sind, eine Großstadt zu zerstören, einschließlich Washington D.C., wenn die US-Regierung Israel nicht erlauben würde, ihren eigenen großen Polizeistaat innerhalb Amerikas zu errichten. Der Polizeistaat soll auf der Einbindung aller amerikanischen Vollzugsbehörden unter zentralisraelischer Kontrolle basieren. Diese neue israelische Besatzungsmacht, genannt Homeland Security, wurde von Doppelstaatsbürgern und Perversen gestattet. Die frühere Direktorin Janet Napolitano wurde wegen sexueller Belästigung belangt, weil sie Männern, die bei der Homeland Security arbeiteten, befahl, ihr Büro in die Männertoilette zu verlegen. Der Verräter und Doppelstaatsbürger Michael Chertoff, der Name bedeutet im russischen Sohn des Teufels, war das kriminelle Genie hinter der Gründung der Homeland Security, zusammen mit einem früheren Leiter der ostdeutschen Stasi, Markus Wolf. Dieser wurde als Spezialberater angeheuert und starb unter mysteriösen Umständen, nachdem seine Mission erfüllt war. Die Rothschild-Hasarische Mafia fühlte sich in ihrer Überheblichkeit sehr sicher, machte jedoch einen taktischen Fehler. Sie unterschätzte die Macht des Internets und dessen Möglichkeiten, Informationen in Lichtgeschwindigkeit zu verbreiten. Dieser Fehler ist so groß, dass er zur kompletten Aufdeckung ihrer Machenschaften führen und ihre totale Zerstörung bewirken wird, genau wie sie es verdienen. Netanyahus Befehl, die nukleare Attacke vom 11.09.2001 auf Amerika auszuführen, wird als einer der größten Fehler der chasarischen Mafia in die Geschichtsbücher eingehen und als der eine, der für ihre Entlarvung und ihre finale Zerstörung verantwortlich gewesen sein wird. Die Welt verbündet sich nun gegen sie. Eine Gruppe Russe in hohen militärischen Rängen sowie in den höchsten Positionen der Regierung realisiert nun, dass es dieselbe organisierte Verbrecherbande ist, die für den Massenmord der Bolschewiki an 100 Millionen unschuldigen Russen verantwortlich war. Und diese Männer wollen Rache. Das ist der Grund, warum sie sicher gehen wollen, dass die Rothschild-Bankster und die chasarische Mafia von ihren endlosen Finanzierungen durch puren Wucher gestoppt werden. Das war auch der Grund, warum die BRICS Bank erschaffen wurde, um den US-Petrodollar als Weltreserve-Währung zu ersetzen. Diese ist im Gegensatz zum US-Petrodollar mit Gold und Silber gedeckt und es ist kein Wucher erlaubt. Das Medienkartell zerfällt und die meisten Amerikaner glauben nicht länger an die Lügengeschichten, speziell die unter 30-Jährigen, die sich Fakten aus dem Internet suchen und sich ihre eigene Meinung bilden. Ihre Tage der unmenschlichen Macht sind nun gezählt. Das geheime, unglaublich gut trainierte US-Team Nuclear Snake Eaters ist nun hart am Arbeiten und untersucht alle hereinkommenden israelische Diplomatenpost und alle Lieferungen. Sie beobachten und überfliegen Synagogen und israelische Botschaften sowie Mossad Safe Houses, wo sich Agenten verstecken. Benutzt werden Gamma-Strahlen und Helium-3-Neutronen-Detektoren. Es werden auch Ultra-High-Tech-Satelliten verwendet, um nach versteckten Atomwaffen in Amerika und allen von Israel gestohlenen Atomwaffen weltweit zu suchen. Der geheime Name für diese chassarischen Häuptlinge, die einen Großteil der Welt von der City of London, dem Finanzdistrikt aus, kontrollieren, ist GOG und MAGOG. Viele Historiker glauben, es sei der geheime Name Russlands, was aber nicht stimmt. Es ist der geheime Name der Top-chassarischen Mafia und repräsentiert ihre ursprüngliche Heimat. In der Offenbarung des Johannes werden mit GOG und MAGOG zwei Völker bezeichnet, die am jüngsten Tage von Satan befreit werden. Gemeinsam mit ihnen ziehen sie in den Kampf, werden jedoch am Ende von Christus besiegt. Insider berichten, dass die chassarische Mafia unterrichtet wurde. Sollte sie noch einmal eine israelische Force Flag-Attacke wagen, werden die, die sie befehlen und darin involviert sind, von der amerikanischen Staatssicherheit gejagt und zur Strecke gebracht. Und die israelischen Verteidigungsstrukturen, die damit in Verbindung gebracht werden, werden zu Staub verwandelt. Der Rest der Rotschild chassarischen Mafia-Geschichte wird höchstwahrscheinlich von euch entschieden. Erzählt diese Geschichte eurer Familie, euren Freunden und euren Kollegen und macht sie bekannt. Nehmt ihnen ihre Heimlichkeit und deckt ihre verborgene Geschichte für alle Menschen auf, damit sie sie verstehen. Vielen Dank. Vielen Dank.